Sobald ich die Berührung habe, dann kopf ich in die Elmung. Sobald ich die Box anbieten. Wenn ihr jetzt einen Schwing einbaut, dann gehe ich jetzt eigentlich an den Setzen. Okay? Und wenn er nah bei mir ist, ich bin ein Infight-Experte. Er ist Boxerisch gut, aber ich habe jede Menge. Sobald ich die Berührung habe, dann kopf ich in die Elmung vorbei. Ich lasse deine Elemente nicht wahr. Wenn du gegen Boxen hier bist, schau. Gegen Boxen hier. Jetzt kann ich hier boxen. Jetzt kann er arbeiten. Wenn ich ihn aber bewege, dann hat er ein Problem. Er hat kein Ziel richtig. Aber ich mache das nicht. Wenn ich ihn im Infight bin, dann mache ich sofort mein Zeichen. Wenn er jetzt Boxen wirklich hier schafft, bin ich schon drin. Das sind ja normalerweise wundervollständige Schläge, die ich zu K.O. führen. Aber ich habe noch einen Fick einfach. Schau, bin ich schon wieder drin. Okay, hier, bumm, hier. Nochmal, bam. Entschuldigung. Ja, ja, ich habe auch. Weil ihr müsst bedenken. Ja, ja, nicht. Er kriegt jetzt keine Treffer! Realität, wenn ihr jetzt kommt, alle geguckt, bumm, bam, wieder vorbei, eins, vier, Schlag, schieben, low kick, eins, zwei, drei, Kopf, Knie, Ellenbauer, so erkennt man, ok, nochmal, log, auch wenn ihr zurückgeht, gehen wir bitte zurück, ist die Kniescheibe weg, 1, 2, 4, bumm, low kick, ok, auch gleich, hier, fähig, hier, bis hier, so er kommt, bumm, bam, bumm, ist wieder drin, also wir brauchen, bumm, ist wieder drin, ok, fähig, hier, bumm, noch mal, eins, hier, zurücknehmen, low kick, 1, 2, 3, bis hier erst einmal, ok? Wichtig, schieb sie ein bisschen weg, minimal zurückziehen, dass du Stabilität hast, stopp, low, 1, 2, 3, mach doch mal, das ist jetzt ein Konzept für die Straße, ok, kommt, ich gebe ihm keine Distanz, er muss mich treffen, wenn er mich treffen möchte, muss er nach vorne kommen, so, wenn er nach vorne kommt, habe ich meine, kann ich meine Sachen einbauen, hier, und schnell, immer, aber ich, schnell. Weiter, weiter. Danke, danke. Ja!